Nice, da spießt du Ha 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 Wir fuhren eigentlich Kanaden Ich hab das Video vorhin gesehen, wo ihr immer sterbt Ja genau, da sind wir Hä nein Aber So heiß die Mörser benutzen Aber wir sind Das haben wir schon so oft gesehen, das können wir überspringen Und wer es noch nicht gesehen hat, bitte das letzte Video schauen Ja, da seht ihr es oft Puh, wie war das nochmal? Äh, Winke Maustaste schießen Das ist so das einzige, was du wissen musst Okay Nachladen eher Boah, ist das böse Ach meh, das Ding ist nie da Lass mich mal sterben, Leute A lot of action Refugees Ich hab voll die geile Waffe Ich hab mir noch volle Ausflüge Hier ist ein Aufklärergebär bei mir Ist das ein Zombie mit Waffe? Was? Ne, das ist, hä? Nein, das ist der Typ, den wir eskortieren müssen Der hat aber auf mich geschossen Nein, der hat auf einen Zombie hinter dir geschossen Ja, dann Und ich deine BK Richtig ganz Rieber Das letzte Mal hab ich mit uns Erleichterts Gott, wo seid ihr alle hin? Ich bin hier ganz alleine Ah, du hast den Dicken noch Den Dicken sollten wir noch kaputt machen, Freunde Nice Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Hier sind schon wieder halbtot Ich hab ein Mad Pick Kann ich dir nachher geben Obwohl, du hast selber eins Hat jemand den Sprengstoff aufgesammelt, ne, oder? Ich hab keinen gefunden Aber hier ist ne Kiste Vielleicht ist da warst du dann Wow, geil Natürlich hab ich in die Springladung Ich hab mein C4 aufgestockt Nein, das musst du erst finden Hat keiner C4? Nein, das ist nicht gesporen, das ist zwar nicht da Ist aber schlecht Das ist ja das Problem Ja, ja Okay, wir spielen nicht auf schwer Also Mach was dran Kiste mal aufmachen Ah! Okay Okay Ich glaub wir haben gute Voraussetzungen diesmal Wieso? Wir haben kein Hochsicherheitsnetz Wir haben keine Mercer Ich hab eine Kampfschrotflinte Das reicht Ich hab euch Ich hab euch Also ich hab ne Sprengladung Also ich hab ne Sprengladung Einen Mercer hab ich da hinten platziert Einen Wir brauchen drei Ich hab ne Sprengladung, muss ich in die Tampel Nein Da kommt ne Welle Das sind nur paar Verstreute Ah Alles klar, Frau Gibt's ne MGR und ne M3 Oh wow, okay, ist ja nicht so gut. Dieses Scheiß-Visier ist ernsthaft nur Cosmetic? Ja. Spielt mich über den Tisch gezogen. So, hast du bald Punkte ausgegeben, oder was? Ja, natürlich. Naja, du schießt halt ein bisschen genauer mit dem Ding. Insofern ist es halber Cosmetic. So, passt auf, ich stehe wieder hier und def wieder hier dort drüben. Äh, wartet mal ganz kurz, hier ist einer von den Springern. Ey, der Deppchen. Es geht los, ne? Hier wird noch eine Schrotflinte liegen. Äh, Patrick, verteidigt lieber, verteidigt lieber. Du schießt den Dämmerling, ne? Nice, der schießt. Ha, 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 ha. Wie wir tun eigentlich Kanaten? Das gibt's nicht auswendig. Mit der Maustaste. Okay. Das ist C4. Kann sein, dass du gar keine hast. Oh, boom. Die sind oben, die sind oben, Leute. Hallo, ha, ha. Ja, da. Ja, hast du dort Granatenhilfe rein, oder? Ja, ja. Mollere Toxics, oder? Ja, ja. Wo ist der nächste? Yes, Turbine's on low. Uff. Boah, da kommt jetzt ordentlich was. Ich muss eine Granate holen. Uiuiuiui. Ich brauche gleich einen neuen Muni. Achtung, Leute, ihr müsst euch mal den Eintrum kaputt machen. Den kann ich gerade nicht. Von dir, oder? Puh. War's schon, oder? Na, bei mir sind hier noch ein paar. Mal schauen, ob ich genug Muni habe für die... Also, was echt scheiße ist in dem Spiel, ist der Unterschied von Schwierigkeitsgrad normal zu schwer. Ja. Das ist so extrem. Ja. Also, das wäre jetzt ganz unnormal. Normal ist zu einfach, ja. Unabschwer schaffst du es nicht. Fast nicht. Also, wahrscheinlich, wenn wir mal Level 20 sind, dann ist es auch egal. Aber da muss man erstmal hinkommen. Ich brauche euch auch der Discord ab. Äh, ja. Ich weiß das noch bei mir. Bei mir ist der auch ganz schlecht, ja. Ihr habt schon wieder alles gelooten. Kann mich jemand heilen eigentlich von euch? Wenn du nie weglobst vor mir, kann ich dich heilen. Dann gehst du schon. Dann gehst du schon. Dann gehst du schon. Achtung, da kommt ein Haupt. Kommt wieder so ein Dicker. Ja. Komm mal zurück, komm mal zurück. Achtung, da kommen die Treppe hoch. Wir hatten da nur noch eine Pistole. Okay, müssen wir jetzt runter, oder? Ja. Diesmal müssen wir mal zusammen bleiben. Dabei. Ja, aber wir können ja mal ein bisschen schauen, ob wir hier wieder so C4 Sachen finden. Ja, ja. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Dann sind wir gestorben. Ja, aber wir können ja zusammenlaufen. Ja. Kann ich mal kurz helfen, Lukas? Ja, ja. Ich dachte, der steht hinter mir. Hier ist eine Schroppflinte. Aber eine doppelläufige. Ich habe die beste Schroppflinte. Ich will gar keine andere mal. Ich weiß nicht mal was. Ja. Also hier leuchtet irgendwas auf der anderen Seite. Da könnten wir mal hin. Soll ich mal? Also ich habe eine Sprengladung. Wir können irgendeine Tür jetzt hier aufmachen. Ja, dann mach gleich die bei dir auf, oder? Wollen wir die hier aufmachen? Äh, King Yeo? Komm zurück, sonst bist du tot. Ja. Ist da hier hinten. Oh, was ist das? Was ist das? Loot, Loot, Loot! Schnell! Weilt euch! Ich will das Gewehr nicht haben. Äh, incoming? Oh, naja. Geht ja noch. Alter! Hier ist irgendwas geplatzt. Ja, dem ist dein Arm. Also du müssen, sollten wir wegkommen. Irgendwo ist ein Screamer. Ja, ja. Ich sehe wo, aber ich komme halt nicht voran. Ja, okay. Ich opfer mich für euch. Oh, den aber machen wir nicht. Ach, das ist der Typ. Ich habe dir auch den hinter, äh, den hinter dir weggemacht. Ich habe mich direkt remangiert. Wo ist denn der Screamer? Unten. Aber wir kommen dort nicht runter. Sperrfeuer! 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 Ich habe nur noch eine Pistole! Ich... Fieger im Boden. Jemand hat mir den Rücken geschossen. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe auch nur noch ein Magazin. Ich habe noch 10. Gibt's doch nicht. Wir werden auch nicht schon wieder drauf gehen. Was wann da kommt das hier? Ja. Wir müssen jetzt halt uns mal hier irgendwie rumerkampfen, Leute. Kommt mal dort weg, dass wir den Scheiß tun, jetzt mal so. Jetzt ist ja weg. Hat noch jemand Munition? Hat noch jemand Leben? Ich habe noch Leben. Ja, ich habe noch... Ah, hier ist irgendwie... Hier sind Granaten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah! Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich mit meiner Schalke dämpften Mini-Pistole. Das ist ein Maschinengewehr, so ein schweres. Hier ist ein Sportkarabiner und ein Granat... Also eine Panzerfaust. Ich habe nichts mehr, ich nehme alles. Munitionskistler, aber viel lieber. Da vorne war Dreck. Ich habe jetzt eine schwere Waffe, ja. Ich habe die Panzer gehauen. Ich bräuchte halt Munition und... Ähm, komm mal her, Lukas. Achtung, hier läuft irgendwo so ein Rennen. Ja. Warte mal, wie heilig ist es hier? So, jetzt. Oh Gott, ich brauche Munition. Habe ich halt so eine Dreierwaffe, ne? Alter. Ich glaube, das sollten wir nicht auf der Treppe machen. Ja, alles gut, das ist gut schon. Hat noch jemand Dynamit? Hier war es zum Springen. Hier ist noch eine, hier ist noch eine Waffe, eine kleine. Kettensäge. Da, äh... Kettensäge kann ich nicht nehmen, ich habe eine Dreierwaffe. Da, äh... Kettensäge kann ich nicht nehmen, ich habe eine Dreierwaffe. Oh, ich habe eine Dreierwaffe. Nicht, Herr Bosch, nö. All eyes, over here! Ich kann ihn noch mal markieren, welche Taste waren das? T. T? Ja. Okay, ich habe die Kettensäge mal... Leute, ich würde das jetzt einfach mal auslösen, ja? Äh, hier ist noch ein Verbandskasten. Warte mal, ich habe noch einen Verbandskasten. Okay, Liv Moor braucht einen Verbandskasten, ganz dreckig. Äh, eigentlich braucht Kineau auch einen, ne? Die GGB, GGB Kineau. Wo kommt die da eigentlich hoch? Äh, wo kommt die da hoch? Äh, wo kommt die da hoch? Äh, hier hinten die Treppe, meine Hasen, was ist los bei euch? Wie komme ich zu der Treppe? Du musst erst mal hoch. Komm hoch. Warte, ich komme dich wohl. Ich schaue mal, ob ich irgendwo eine Munitionskiste finde. Komm zu mir. Ich weiß halt nicht, ob wir ganz ruhig laufen können. Und jetzt hier hinten rum. Ah, okay. Und da passt du hoch. Also ich hoffe, jetzt kommen hier keine Gegner, weil sonst sind wir gleich am Arsch. Kann man einer checken, ob der Stream war? Ich weiß nicht mehr. Äh, ne leckt. Also auf Twitch leckt. Ich habe ihn ausgemacht, weil mein Internet nicht mitgemacht hat. Das kann schon lecken. Meine Tosche leckt mich. Äh. Ey, wartet mal, bevor ihr pushed, dass Patricks ein Problem da berangen hat. Äh. Moment, habe ich irgendwie... Auf jeden Fall gibt's da vorne Munition. Tja, gute Frage. Okay, kann weitergehen. Ja, okay. Ich hoffe, der Stream läuft. Na, auf Twitch sieht... Ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Okay. Ja, ne, auf Twitch läuft wieder. Das ist eigentlich alles schick. Hier ist nochmal ein Sportkarabiner. Da ist ein Medikit. Ich hab's genommen. Liv Moore kommt zu mir, ich muss nicht rein. Ich heim... Nein, nein, ich heim mich schon, ich heim mich schon, ich heim mich schon. Alles gut. Okay, hier liegt auch noch was. Aschportkarabiner. Ich kann mich mit meiner Waffe nicht bewegen, ne? Wenn ich ziele, dann drückt er sich. Ja, weil du die dritte Waffe in der Hand hast. Das ist das MG. Da musst du erstmal warten, bis er sich... ...geduckt hat und dann kannst du halt losfeuern. Aber wie der dann feuert, ne? Ja. Ja. Komm, rennt. Hier ist noch ein Medikit und ein Revolver. Wenn das wer will. Ich spring mal. Äh, Liv Moore? Medikit da hinten, gell? Runter. Ach, tot. Oh, wow. Oh, genau. So stimmt, ne? Ja, da seid ihr gerade alle vorbeigerannt. Ah, das hättest du auch mitnehmen können, ne? Ach, stimmt. Ja, ich dachte ich habe eins, aber ich habe ja beide... Bereiche die Tankstelle. Ja, kannst du ja noch den Revolver mitnehmen, der ist ganz gut. Warte mal, Patrick. Was macht ihr? Kompaktschrotflinde. Macht jemand? Nerv. Keiner. Oh, ne. Oder ist das eine Level-3er-Waffe? Nee. Nee, dann. Totokam, wenn bei dir der Stream extrem laggt, dann probier's mal auf Twitch. Laut meinen Anzeigen läuft der flüssig. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Halt der Affe wieder da. Nein. Das kann vielleicht dran liegen, dass, ähm, das... Dass der Stream halt bei manchen flüssig läuft, war halt... Das ist immer eine Zuflucht. Das war halt, du zu krass, ähm, das ist krass auflösungsgegen. Träger. Ja, ich tue nur in... ...1080 Testschwingen. Das ist eigentlich. Kondition. Ja, mit wieviel Fixern? 60 oder? Weiß ich. Weiß ich. 60 FPS. 60 FPS. Automatische Schrotflinte. Oh, nicht Blödsinn. Entschuldigung. Oh, guck mal. Das ist eine Schrotflinte. Oh, automatische Schrotflinte. Halt, oh, die muss einer mitnehmen hier. Definitiv. Wer keine T3-Waffe hat, hier. Okay, wollen wir starten? Also, gab's nur noch mal Muniz. Kampf starten? Ja. Ja. Ähm, nehm mal die automatische Schrotflinte oder den Granatwerfer mit. Dürfen wir auch. Was willst du? Äh, ich hab den Granat. Gleich hier die Tankstelle. Leute, können wir los? Äh, das ist besser als die einen Schusspanzer veraufst. Können wir los? Jo. Jo. Ach, geh auf. Ah. So. Ah, stopp. Es sind Minen. Es sind Minen. Was? Beep. Wartet, wartet, wartet. Nicht auf die Minen schießen. Nicht auf die Minen schießen. Wartet. Die gehen gleich von ganz alleine hoch. Guck. Wollt ja. Wollt die Rennen durchdrehen. Das ist ein Teil. Wenn ihr noch Granaten habt, geht zu. Wollt einfach warten, bis die hier direkt zum... Warte, wo ist Waffe weg? ...die Stachel draht. Wollt wirklich meinen G-Cam. Wollt. 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 hinter uns ist ein großer hinter uns er holt sich den opa den opa müssen wir durchbringen der hat das gegenmittel oder wie war es ja also der muss oder er behauptet nur hätte das gegen das freulein zusammen wieder okay dass die tankstelle das sieht aber so aus dass wir gleich noch mal richtig richtig gut kampfgewehr nämlich der granate nämlich auch erholt euch die waffen kommen hier waffen und munition noch mal verbandskasten in der tanksteller wo ist munition wir müssen autoteile in der auto kopf mal dahinten wo sind ein ok also autoteile ist ja interagieren steht da alter dieser scheiß sonne hier passt jemand mit auf den opa auf ja ja wir passen da auch gerade ich hab ein autoteil schützt du immer den opa eigentlich ja ja wir sind immer noch da ok wieso habe ich jetzt wieder null autoteile ist ein großer abladen muss ich hol kurz den monaten ankommen großherr ach so ich muss es abladen und dann kann ich erst das nächste suchen ja rennen 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 ey mir am fall ein zeitlimit gell ähm es bitte verteidigt nur noch einer den opa und der andere muss nur mit autoteiler ankommen oder wir haben nämlich gar nicht so viel zu haben ok jetzt haben wir welche abgegeben ich habe einmal autoteile und hier sind noch mal welche ja ja ich bin schon da gut weiter hi sascha gaming übrigens wir haben sascha gaming und ich haben gestern festgestellt dass man praktisch nebeneinander wohnen was ja ganz lustig ja du kannst direkt wenn du dort hingehst autoteile fallen lassen anklicken ja fünf haben wir noch schon scheiße helft mir ich habe erstens noch ein prima auf mir drauf in der in der tankstelle hab schon ja 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 mich da rein ah wir kommen ich da rein 30 sekunden ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll ich muss mir gleich mal heilen also ist eh gleich vorbei in 24 sekunden wenn ihr nicht zügig teile findet ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll sind hinter die macht man die tore auf ich weiß auch nicht ach so davor stellen und drücken wie dämlich tatsächlich zwei sekunden schwann kommt ach so wir haben noch zeit vielleicht so jetzt verteidigt bitte ja ich auch aber jetzt kommen gleich ganz viele zombies ja dann dass man rennen 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 ok abgeliefert 7 von 9 hat noch jemand autoteile ich weiß noch wo autoteile sind könnte das verteidigen ganz nah bei uns ich rennen 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 da sind auch waffen ich hab eins ich hab ein autoteil ich hab das letzte ich hab's ich hab's bei mir sind voll die zombies bring das auto total weg hier haben wir es jetzt ich hab's ihm gegeben alle zu dem auto alle zum auto heute spielst du auch arg ich bin eigentlich gerade nur alle möglichen sie vertreten und heute hat man zur abwechslung wo es jetzt habe ich so viele punkte jetzt kann ich bestimmt mal wieder fett ausrüsten